hallo und herzlich willkommen wir sind wieder bei left for the 2 was heißt wieder wenn du vorher eine vorige folge von uns gesehen hast dann wieder wer nicht dann herzlich willkommen trotzdem wir sind immer noch im kapitel sumpffieber und haben jetzt den letzten abschnitt vor uns die plantage nur storm ja und ich würde sagen da wagen uns mal ran ich habe eine kettensäge ich wirklich ein bisschen vorne in den frontkampf stürzen sind direkt als gemetzel bloß und snipe genommen ja ich habe die snipe da wird er von hinten bisschen aushelfen und die npcs treffen ja sowieso alles first try ja das ist unglaublich was die alles treffen gut ja gut taktik war ja schon immer so unsere große sache ja klar von daher mal gucken sieht man ja auch schon immer bei der sie wie wir alle gut zusammenhalten der general niemals ein wutanfall bekommen würde nur weil wir gerade scheiße zusammen spielen aber hey übrigens das kriegt er nur wenn ich nicht mitspiele möchte ich mal angemerkt haben ja jetzt auch auf die anderen geschoben ich habe die kettensäge mal nur aus wenn es unkontrolliert viele werden ja das ist eine Welle kommt es gibt ja die hat ja einen benzin stand war aber der halt wenn es alter da kommen welche ich stürze mich rein oh ja viel spaß alter ist das ding geil ja klar das macht einfach alles direkt weg weißt du ich schieß auf dem zombie auf dem zombie drauf du rennst einfach mitten in die schusslinie und fängst immer den letzten schuss ab immer hier drin sind ein paar pillen ja kein problem du kriegst den schaden ja aber ich finde es so witzig ich schieße auf dem zombie drauf sechs sieben mal schieße ich drauf und die siebte kugel die fängst du immer ja 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 können halt hier ist auch noch eine bombe ja ich brauche nichts ich habe noch molly alles klar sitzt oben der witch nein und das ist eine textur leiche textur leiche jockey oder sowas ja hatte ja gut da hinten kommt irgendwo ein hunter ja froh boomer war auch noch gut weiter 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 wo geht es weiter aber guck mal deinem haus wo was zahlen ja steht auch der türi aufgerissen klopft müssen wir verraten siehst du die schatten da oben an den bohrjahres spooky ja die haben wir auch können ja auch manchmal mit ihren händen so durchgelebt durch die wände er und schiebt nicht dann einfach mal durch die wand und sind dann direkt wieder ja klar das ab geht schon durch schaden wir doch müssen schlechtes schönes haus hätte ich auch gerne eine bratwarte willst eine bratwarte nicht mit meinen ketten sie glaube ich ganz gut bedient hast du ja ich dachte so falls man ein omelette machen willst oder so also bitte ja danke bitte ja ja hier ist irgendwo ein charger drin gewesen oder keine ahnung sorry kein problem da glaube ich aber nur eine kugel oder so wir müssen glaube ich doch in die richtung hier den weg weiter die letzte immer die letzte da ist eine axt möchtest du nackst nenne ich bin wohl auch voll zufrieden mit meiner sprach genau ob warten okay hier kommen auch wieder ein paar bauen die hier bitte an sonst ein ist oder was bauen die an auf der plant haben keine ahnung das könnte auch liebten da quatsch und lieben wollen sie glaube ich ein bisschen kleiner oder hey guck mal was wo alter oh oh ok charge abbiegen ja nick heimlich mal na gut alter was ist für ein geiles haus das ist ziemlich fett ich glaube eine plantage wirft ziemlich viel geld ab irgend so ein baronenhaus oder sowas war von so einer der seine ganzen arbeiter da so halt so als so 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 schoßhünde hält so als sklaven jetzt kommst du aber ein bisschen auf der Prozent er hatte sie auch das ist doch richtig ihr hollywood klischeehaft das stimmt allerdings so ein richtiger bei um plantagenboss auch guck mal hier okay komm mal hier her alter ich glaube wir müssen da runter oder oh alter ich bin hier noch bei bei der villa und wird von dem wie seid ihr ach da seid ihr auch hab ich nicht mal gesehen treppe hab ich nicht mal gesehen weißt du so richtig hollywood klischeehaft mit diesen mit so einem großen plantagenboss der sich so alle unter sich hält ja und er lebt im sausenbrausen alle anderen arbeiten sich die seele aus dem leib genau er hat ja das würde passen nur vier teddybären war einer umgefallen wir haben ja die fliegen gut und gute flug eigenschaften ja komm schon auf runter nein ich will die teddybären durch ich bin schon unten das war richtig ich nehme es mal an ja passt ja gut hier war aber schon Ewigkeit nicht mehr keiner mehr hier drin ein defi äh dahinten stecken rollstuhl was willst du ja ja in dem anderen raum hier ich glaub alter wie lang ist äh wirkt denn die apokalypse in diesem szenario schon wenn hier drin schon alles verwuchert ist die frage ist wie lang in dem haus einfach keiner mehr gewohnt hat gibt's ja auch so muss ja gar keine apokalypse sein müssen wir durch die tür geht glaube ich auf da müssen wir hoch die geht auf ja die geht auch auf nam 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 oh rufen sie ein boot zur hilfe wer die zombies einfach nicht reagieren wenn du hier so ein bisschen rumknallst ja das bockt die wenig da liegt munition ne kann man sich wo ah bei mir ich will das dreirad dreirad da vorne liegt ein dreirad das kann man sich leider nicht nehmen meins 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 äh äh schweres mal oh geil ok hol mal ein boot äh ruf mal ein boot da kommt ne welle äh warte und soll ich jetzt hier verrecken während du da oben überlebst am maschinengewehr ja mach mal schön ich lade nach kann mich jemand hören ach so ja weg 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 atmen an fick dich ich muss in der nähe bleiben kommt mit hier echt müsst ihr ja was mach ich denn wenn von hinten mal ein zocky kommt ja ich komme ich komme nein oh shit die wave kommt aaaaah oh gott da hinten kommen sie alle über den zaun ja du machst das oh gott da kommt ein jockey oder irgendwas kann da eben angesprungen hinter mir ist ein zombie ja ich weiß so weg so ich kümmere mich um die hinter dir du vorne Uma gut Uma ist weg ey nein so weit geht der radius nicht von dem von dem gewehr von dem mg okay du schaffst das wir kriegen zwar nur ein bisschen Besuch überm Balkon aber hey Romeo und Juli hat noch niemandem geschadet also vielleicht denen die sich selbst so naja lass mir das da komme ich zum Beispiel nicht hin nein nein was zur Hölle wow das war knapp hm wow ho 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 jungs alles gut gut ah oh die gehen alle diesen einen Gang lang jetzt kann ich einfach rein nein überhitz nein ja ach nein ansonsten wäre die Waffe einfach zu OP da hinten kommt ein jockey oder sowas ja tatsächlich ein jockey und da kommt auch noch oh ich bin runter gefallen und da hast du schlecht hier links auf der linken Seite ja ich sehe dich ja bei mir ist ein Charger ja ich bin leider nicht oben aber lieber ich habe ihn warte das war sogar ein Tank ne nein warte wenn das nein der Tank kommt gerade aber ich habe hier irgendwo Waffe oh der ist hier unten ja der kommt Eingangsbereich da würde ich nicht hoch runter gehen ähm ich bin mit der Kettensäger auf ihn los gegangen er ist down au behindert geh weg geh weg geh dich schäm geh dich schäm geh weg steht der hinter mir und schießt nur auf mich wow wo kam der 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 kam von oben aus dem Dach der ist tot runter gefallen oh ne ok du bist dran alles klar ja nehmen wir mal das Adrenalin ja wie ist das Boot jetzt da oder was passiert ne es kommt erst noch alter da kommen sie alle die meisten kriege ich gar nicht ja weil die am Rand so blöde laufen und da kannst du nicht hinschwenken ah ich glaube ich weiß was das beste ist aber jetzt kommen sie natürlich nicht mehr kommen sie von der Treppe oh ein Hunter natürlich für den habe ich keine Munition mehr oh Gott oh Gott kommt der denn her ja ist ja gut nicht auf ihre Verbündeten schießen alter ich höre ein Boomer ich höre ein Boomer oh Gott direkt vor uns aaaah ne aber noch stehen wir ganz gut da nein so gesundheitsmäßig du solltest dich ne bei mir bist du irgendwie gelb umrandet ja wegen wegen der Boomer Kotze achso ok oh Gott pass auf hinter dir alles fehlt alles fehlt alter stürzt das Haus gleich ein nein das ist nur wieder ein weiterer Tank ooooh jo jo alter alter und noch einer hier unten ist noch einer ich liege hier unten fast tot hier ist noch ein Tank hier unten ja ja ich weiß ich seh ich seh ich seh ich seh wenn du den da oben fertig habt kann ich nicht ich hab den nicht schnell genug fertig alle ich bin am Arsch ich auch alter ich werde hochgeholfen mir wird hochgeholfen ich bin tot du bist ganz weg nein 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 noch nicht noch nicht alles cool noch geht alles gut Nick ist fast am Arsch du bist fast am Arsch wir sind alle fast am Arsch ok ich hab den einen der andere ist auch ich komm der andere ist so gut wie tot wir haben beide alles klar ich muss nur rechtzeitig zu dir hochkommen bevor du tot bist ach wie viele Sekunden ist denn noch ganz locker 200 ok du hast noch Zeit ja ja aber wenn wir jetzt keine Medis kriegen ich hab noch eine Medis machen wir es nicht lang alter noch eine Welle hatte ich bin so gut wie da ah das Rettungsboot ist da ich hab noch Adrenalin oh mein Gott alter stell dich ans Geschütz das bringt hier nichts mehr nein scheiße ich bin schon wieder down das ist noch ein Tank bitte 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 nein nein oh Gott ich muss es schaffen nein nein ich wollte gerade das Adrenalin nein nein ich wollte gerade das Adrenalin reinhauen nein ich hatte das Adrenalin da hätte ich es geschafft na gut ich würde sagen ja neuer Aufnahme ja oh wie scheiße so kurz davor ey wie ärgerlich das war vielleicht die letzte Welle oder so ja es war die letzte Welle wir hätten nur noch zum Boot gemusst ja egal auch das gehört dazu aus natürlich dann sehen wir uns in der nächsten Folge bei dieser Tür wieder wenn wir es ein zweites Mal versuchen yay okay ja bis dahin tschau machts gut